Wir fangen, wir rücken nach links, nach links vom Nabel. Und wir fangen links hoch an und gehen rechts runter und haben einen kleinen Kreis. Wir machen drei solche Kreise. Und jetzt gehen wir nach oben, zehn Zentimeter höher. Unten bleibt die gleiche Entfernung. Und jetzt gehen wir nach oben, nochmal fünf Zentimeter höher. Und jetzt gehen wir nach oben, nochmal fünf Zentimeter höher. Und jetzt gehen wir nach oben, nochmal fünf Zentimeter höher. Und jetzt gehen wir bis zum Schlüsselbein hoch. Großes Oval. Und wenn wir das nächste Mal oben beim Schlüsselbein sind, halten wir an. Und gehen jetzt den gleichen Weg zurück. Erstmal großes Oval. Nach links, links runter, rechts hoch. Bis zum Schlüsselbein. Fünf Zentimeter weniger nach oben. Fünf Zentimeter weniger. Fünf Zentimeter weniger. Ganz klein. Ganz klein. Nach ein halb. Ich habe das gesehen im Film. Ich habe das gehört. Ich soll das langsam machen. Toll machen. Wenn ihr gewendet habt im Park, dann geht es nicht richtig oder falsch. Dann geht es dann, ob es zündet. Und wenn ihr es so langsam macht und so verhalten macht, habt ihr das falsche Ansatz gemacht. Das ist ja falsche Spiel. Das ist dann mal ein Tät. Äh. 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 Und dann geht es nochmal schneller. Und zwischendurch, wenn ihr die Kammhunderte gemacht habt, brauchen wir nochmal die Übungen sehr schnell machen. Äh. Äh. Und dann geht es noch nicht mit dem ansächlichen langsamen Ersteck. Okay, dann machen wir weiter. Okay. 16. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020